Zack, peng, fett. Krass, oder? Da machst du mal eine Pause, zwei, drei Tage, guckst ins Spiegel, denkst, alter, bin ich fett geworden. Krass, in drei Tagen Pause, fett ohne Ende. Ja, Freunde, unser Gehirn spielt uns da manchmal einen ganz schönen Streich. Bei vielen Coaches, die ich in den letzten 30 Jahren kennengelernt habe, ist es tatsächlich so, dass die meisten, sagen wir mal ganz viele, okay, die haben eine riesen Panik, wenn es darum geht, eine Trainingspause einzulegen. Da kommen dann Szenarien in den Kopf, um Himmels Willen, wenn ich jetzt drei Tage nichts mache, werde ich bestimmt sinnlos fett werden. Wenn wir jetzt mal darüber ganz rational nachdenken, wir können rational denken, das ist wirklich, kann jeder, dann werden wir feststellen, dass es dieser irrationale Gedanken, dass wir in drei Tagen fett werden können, völliger Schwachsinn ist. Warum? Wenn wir tatsächlich drei Tage, lass uns auch mal eine Woche sein, ja, und wir verbrauchen am Tag zum Beispiel 2500 Kalorien, okay, und, also auch mit Training noch dabei im Durchschnitt, okay. So, jetzt haben wir zum Beispiel sieben Tage Pause, okay, wir essen weiterhin 2500 Kalorien, dann trainieren wir in der Woche zum Beispiel viermal und pro Training verbrauchen wir ungefähr 500 Kalorien. Dann sind es viermal 500 Kalorien, was wir nicht verbraucht haben, das sind summa summarum sagenhafte 2000 krasse Kalorien. So, und diese 2000 Kalorien sollen also zur extremen Fettzunahme führen. Ihr wisst, ein Kilo Körperfett hat circa 7000 Kalorien. Also, wenn wir tatsächlich eine Woche nicht trainieren und so weiter essen wie vorher, dann haben wir um Himmels Willen 2000 Kalorien nicht verarbeitet. Und das führt natürlich zu völligen Verfetten. Freunde, das ist natürlich völlig irrational. Und das ist ganz oft ein Stolperstein für Leute, die da in so einem Funnel stecken, in einem Erfolgsfunnel, sich ein ganz klares Muster vorgegeben haben, dass sie jetzt so und so viel trainieren müssen. Wenn das ausfällt, ist dieses Szenario im Kopf, diese Vision in unserer Birne so ein Ranzen und so ein Hintern, so ein Doppelkinn innerhalb von einer Woche. Ja, das ist tatsächlich so, das sind erwachsene Menschen. Das sind erwachsene Menschen, die manchmal solche Sachen denken. Erwachsene Menschen, die mit beiden Beinen in ihrem Leben stehen, die einen Beruf haben, Auto fahren dürfen, Kinder zeugen dürfen, wählen dürfen, alles. Die haben tatsächlich im Kopf so einen Gedanken. Und jetzt frage ich euch, ich habe es euch ja gerade schon logisch erklärt. Es ist unmöglich. Warum kommen wir auf so ein Szenario? Warum kommt unser Kopf auf so eine Idee, so etwas zu produzieren in unserem Gehirn, in unserem Gehirnstoff, wenn solche Gedanken überhaupt entstehen? Was steckt dahinter? Freunde, das sind Urängste. Das sind Verlustängste. Jeder Mensch ist mehr oder weniger mit Ängsten behaftet. Und eine Angst ist ja gut, ist ja super. Überlegt mal, Kinder hätten keine Angst. Manchmal haben die ja tatsächlich keine Angst. Dann hauen die die Hände auf die Herdplatte, verbrennen sie die Herdplatte, beim nächsten Mal haben sie Angst. Und Angst ist gut, weil Angst sagt, aufpassen, Herdplatte heiß. Aber wenn uns Ängste blockieren, wenn uns Ängste dominieren, dann haben wir ein Problem. Denn dann denken wir, eine Woche Trainingspause, sinnlos fett. Und das ist völliger Humbug. Deswegen, Freunde, immer dann, wenn ihr euch eine Pause gönnt und es kommt auf der linken Schulter das dämliche, irrationale Männchen mit so einer langen Nasen und so einem fetten Hintern und erzählt dir, du wirst fett, da kommt auf der rechten Seite das Muskelmännchen und sagt, Kollege, halt mal die Klappe. Du hast überhaupt keine Ahnung, was soll denn überhaupt in einer Woche passieren? Da kann nichts passieren. Warum? Weil diese 2000 Kalorien, die wir nicht verbraucht haben, die führen nicht zum sinnlosen Verfetten. So, das war jetzt ein wichtiger, ganz wichtiger Aspekt. Und ich gebe euch jetzt noch einen Tipp. Ich habe tatsächlich dieses Männchen, also zwei Männchen. Das ist der hier, okay, der ist der Irrational, der hat echt einen in der Waffel. Und hier kommt der Rational, der kann rational denken, der kann den hinterfragen. Und wenn ihr diese zwei Männchen habt, so, sie habe ich zu Hause in allen Belangen. In Belangen zu meinem Körper, in Belangen zu meinem Business, in Belangen zur Beziehung, in Belangen zu allem sozialen Umfeld, was ich habe. Habe jemanden irrationalen Vollidioten, rationalen Denker. Und wenn der labert, überprüft der das. Und der stellt fest, der labert scheiße. Und wenn der scheiße labert, was machen wir dann? Dann hören wir auf den. Denn so einfach kann es sein, ihr werdet also definitiv nicht fett werden, wenn ihr mal auch selbst zwei Wochen Pause macht. Und ihr werdet euch nicht mit Eis, mit Sahne, mit was weiß ich was, allem vollstopfen, mit fettem Essen, mit wahnsinnig viel Fast Food. Schiebt keine Panik. Es wird nichts passieren. Denn man wird so schnell nicht fett, wenn man gewisse Grundregeln einhaltet. Natürlich, jetzt kommt der an, ja, aber ich bin ja schon mal fett geworden. Ja, Kollege, dann denkt man ganz genau darüber nach. Achtung, irrational, rational. Okay? Der hier, ich bin ja aber schon mal fett geworden. Und dann fragt der auf der Seite, ja, warum bist du fett geworden? Dann sagt der, ich war 14 Tage im Urlaub, am Buffet und hab all inklusive gegessen. Ah, oho. Und dann fragt der, ja, und all inklusive, was ist dabei? Eis, Nudeln, Kartoffeln, Reis, viel, ja, Alkohol, viel, weniger Bewegung, ja, Süßigkeiten, ja, abends Party machen, ja. Hallo? Dann ist ja logisch, dass man zunimmt. Aber man nimmt nicht zu, wenn man nicht trainiert hat, sondern man nimmt zu. Der Kollege hat es gesagt, weil ihr zu viel gefuttert habt, zu einfach ist, okay? Also Freunde, ich würde sagen, Thema Biofeedback, waren wir jetzt beim Biofeedback? Nein, wir waren nicht beim Biofeedback, das ist ein anderes Video und habt ihr auch schon gesehen, sondern wir waren ja beim Thema Pause sinnlos fett. So, jetzt noch an euch. Wenn ihr euch das gefallen habt, gibt es da unten Bemerkungen. Da könnt ihr reinschreiben, könnt ihr sagen, Mr. T ist der Held. Oder ihr könnt sagen, Mr. T, ich hätte gerne noch die ein oder andere Info genau zu diesem Thema. Dann schreibt es doch einfach rein. Euch muss man alles sagen. Einfach unten reinschreiben. In mir bemühen uns drum, kommt auf die To-Do-Liste, Nummer 1. Und unten drunter, wenn ihr mal genau reinguckt, da findet ihr in den, also unterhalb des Videos, da ist nochmal so ein Fach und da findet ihr sogar Links. Und diese Links, da steht was drin. Jetzt klickt einfach mal rein, guckt mal, was ihr da findet. Spannende Infos, Freunde. Das war's zum Thema Urlaub gemacht, sinnlos fett geworden. Das war's zum Thema Urlaub. 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 Das war's zum Thema Urlaub.